Mathis, zwölf Jahre behauptet, ich bin Experte für anatomische Fachbegriffe und kenne mich auf diesem Gebiet besser aus als Dr. Johannes Wimmer. Mathis und Johannes bekommen eine Minute lang deutsche Begriffe aus der Anatomie gezeigt und müssen entsprechend den korrekten lateinischen Namen nennen. Wer mehr Begriffe richtig hat, gewinnt das Duell. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Die Zeit läuft mit der ersten Karte, die ich dir zeige und hier kommt sie. Maxilla, Krus, Talus, Patella, Visica urinaria, Appendixvermiformis, Dorsum, Oculus, Musculus epikranios, Arteria brachialis, Venapulmonalis, Cubitus, Menings, Corp, Arteria throxia. Nein? Wehen, ein Jugularis im Kerner. Und da waren wir durch. Da waren wir durch. So, wir müssen einmal ganz kurz bei Professor Markus Kippner fragen. Einen haben wir gehört, glaube ich, alle. Einer war nicht korrekt. Wir hatten dann, wie viele, die nicht korrekt waren? Zwei Stück. Zwei Stück waren nicht korrekt. Und alle anderen haben gestimmt. Und es waren dann in der Tat am Ende gesamt 30. 30 richtig genannt. Und Johannes. Ich dachte, die hätte jetzt schon abgebaut oder so. Ja, ja. Das sparen wir uns noch auf. Das haben wir irgendwann mal, irgendwann werden wir das mal in Verbindung mit Verspäden. Sie Spaß, werden wir das machen. Das setzen wir einen da hin. Dann bleibe ich einfach sitzen. Genau. Dann sind wir alle einfach weg. Und mal gucken, wie lange er sitzen bleibt. Auch für dich. Toi, toi, toi. Markus Kipp hat alles im Blick und vor allen Dingen ein gutes Ohr. Wir starten die Zeit mit dem ersten Begriff. Und auf los geht's los. Maxilla. Krus. Talus. Patella. Vesica urinaria. Appendix veriformis. Dorsum. Oculus. Musculus epicranius. Axilla brachialis. Vena femoralis. Cubitus. Minnings. Core. Aorta thoracica. Atlas. Nuka. Pelvis. Musculus trapezius. Femur. Genu. Manus. Scapula. Pulmo. Sternum. Musculus temporalis. Tlavicular. Musculus pectoralis major. Epidermis. Pankreas. Kaputt. Kaputt. Uiuiuiui. Er hat bestimmt was falsch. Aber wir müssen auch hier, Moment, 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 ist noch keine Entscheidung gefallen. Wir müssen auch hier noch kurz drauf gucken. Eine ganz kleine Schwäche, Herr Kollege. Die Arteria brachialis wurde zur Axilla brachialis. Gleiches anatomisches Gebiet. Da haben wir. Ja gut. Ansonsten. Ne braucht ja keiner. Bestanden hätten es bei mir. Oh Gott sei Dank. Vielen Dank. Also einen müssen wir abziehen. Komm mal rüber. Matthes, komm rüber. Vorsicht da nicht drauf ausrutschen. Und damit schauen wir auf das Endergebnis. Und in diesem Falle sieht es folgendermaßen aus. Matthes 30, Dr. Johannes Wimmer 30. Und was besagt die Regel? Du hast behauptet, du schaffst mindestens einen mehr. Und damit haben wir einen Ausgang. Dr. Johannes Wimmer gewinnt mit dem Unentschieden. Aber ein Unentschieden, das heißt, ihr habt beide eine Top-Leistung abgeliefert. Großen Applaus für Matthes und für Johannes. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek. Und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.